Wenn eine Rechnung mehrere Operationen enthält, in welcher Reihenfolge muss man diese denn vornehmen? In dieser Reihenfolge oben beginnend. Das heißt, man rechnet zuerst die Klammern. Wenn dann keine Klammern mehr vorhanden sind, geht man eine Etage tiefer und rechnet alle Potenzen. Hier ist im Moment eine Dunkelkammer. Später wird dann noch eine weitere Operation entstehen. Sind keine Potenzen mehr vorhanden, geht man eine Etage tiefer und bearbeitet die sogenannten Punktrechnungen, Multiplikation und Division. Wenn die erledigt sind, geht man noch eine Etage tiefer und nimmt die sogenannten Strichrechnungen vor, Plus und Minus. Wir behalten Punkt vor Strich. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Klammern sind keine drin, also können wir sofort eine Etage tiefer. Es sind aber auch keine Potenzen drin, also eine Etage tiefer. Jetzt geht es darum, die Punktrechnungen vorzunehmen. Hier ist eine Punktrechnung, 7 mal 3 macht 21 und auch hier ist eine Punktrechnung, 20 geteilt durch 2 macht 10. Also stoßen wir auf diese Rechnung. Es sind keine Punktrechnungen mehr drin, also gehen wir eine Etage tiefer und erledigen jetzt die Strichrechnungen. 21 minus 10, das macht 11 und die Übung ist beendet. Schauen wir dieses Beispiel. Hier haben wir Klammern, also beginnen wir mit den Klammern. 5 minus 3, das macht 2. Somit ist die Klammer ausgerechnet und wir können eine Etage tiefer. Jetzt rechnen wir alle Potenzen aus. Da ist nur die eine, 4 hoch 2 macht 16. Es sind keine Potenzen mehr drin, also eine Etage tiefer. Jetzt machen wir Punktrechnungen. Da ist nur die eine, 2 mal 7 macht 14. Es sind keine Punktrechnungen mehr drin, also gehen wir eine Etage tiefer und erledigen jetzt noch die Strichrechnungen. 16 plus 14 macht 30, minus 1 macht 29. Die Übung ist beendet. Jetzt schauen wir dieses Beispiel. Auch hier haben wir Klammern, die sind also zuerst zu berechnen. 7 minus 3, das macht 4. Es sind keine Klammern mehr drin, also gehen wir eine Etage tiefer und berechnen alle Potenzen. 2 hoch 5 macht 32, 3 hoch 2 macht 9 und 4 hoch 2 macht 16. Somit stoßen wir auf diese Rechnung, die keine Potenzen mehr enthält. Also gehen wir eine Etage tiefer und erledigen alle Punktrechnungen. Da ist diese, 9 mal 16 macht 144 und da ist noch diese, 4 mal 9 macht 36. Es sind keine Punktrechnungen mehr drin, also gehen wir eine Etage tiefer und erledigen jetzt noch die Strichrechnungen. 32 plus 144 minus 36. Am einfachsten ist es zu rechnen 32 minus 36. Das macht minus 4 und 144 minus 4 macht 140. Übung beendet. Nächstes Beispiel. Hier haben wir dicke Klammern und innerhalb dieser dicken Klammern kommen mehrere Operationen vor. Wir müssen anfangen mit den dicken Klammern für die gesamte Rechnung. Das steht da, oberste Etage. Aber innerhalb dieser dicken Klammern kommen mehrere Operationen vor. Also in dieser Rechnung werden wir genau dieselbe Reihenfolge respektieren. Das heißt, im Innern dieser dicken Klammern rechnen wir zuerst die Klammern. 9 minus 2, das macht 7. Wir gehen jetzt eine Etage tiefer und berechnen die Potenzen. Da ist nur diese eine. 2 hoch 3, das macht 8. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer und erledigen die Punktrechnungen. Da ist nur diese. 7 mal 3, das macht 21. Jetzt noch eine Etage tiefer. Wir erledigen die Strichrechnungen. 21 minus 8, das macht 13. Also diese dicken Klammern sind jetzt ausgerechnet worden. Und jetzt kommen wir zurück auf die gesamte Rechnung, in der keine Klammern mehr sind. Also gehen wir eine Etage tiefer und berechnen jetzt die Potenzen. Da ist nur diese eine. 3 hoch 2 macht 9. Jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer und erledigen die Punktrechnungen. Wir haben hier 4 mal 3, das macht 12. Und hier 2 mal 13, das macht 26. Somit können wir noch eine Etage tiefer und letztendlich bleiben nur noch die Strichrechnungen zu machen. Wir rechnen also 8 plus 12 plus 9 plus 26 und das macht 55. Somit ist diese Übung ebenfalls beendet.